Am 24. September ist es wichtig, Bündnis 90 die Grünen zu wählen, weil es geht um sehr viel. Für mich das Allerwichtigste, der Kampf gegen den Klimawandel. Wie entscheidet unsere Generation, ob wir es schaffen, aus der schmutzigen Kohle auszusteigen? Mobilitätswende, emissionsfreie Fahrzeuge, Stärkung öffentlicher Verkehr, eine andere Landwirtschaftspolitik, die das Wasser nicht schmutzig macht, die Tiere nicht quält, den Artenreichtum nicht gefährdet. Das ist mein erster Grund. Mein zweiter Grund, ich will kein Zurück zum Nationalstaat. Ich glaube nicht, dass jeder für sich erfolgreicher ist. Wir haben was Großartiges mit der Europäischen Union. Die müssen wir stärken. Jetzt haben wir einen Partner mit Präsident Macron in Frankreich, dessen Hand sollten wir ergreifen, gemeinsame Europa stärken. Ich ärgere mich über den Populismus gegen Europa, ob er von links, von rechts kommt. Leider mittlerweile ja auch von der FDP. Der dritte Punkt, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo alle eine Chance haben, mitzukommen, voranzugehen, einen Anteil zu haben, ob Langzeitarbeitslose, ob Alleinerziehende, Erwerbsgeminderte, ob Erzieherinnen, ob Altenkrankenpfleger, Hebammen. Alle müssen ihren Platz in der Gesellschaft bekommen. Und nicht nur warme Worte, sondern beispielsweise auch ein Gehalt, von dem man menschenwürdig leben kann. Das sind meine drei Gründe, um Bündnis 90 die Grünen zu wählen. Ich werde sie wählen und lade euch, eines genauso zu machen. Zweitstimme Grünen. Zweitstimme Grünen.